Gegen Maverick Samarki Walker zeigte Dirk im 1 gegen 1, was er drauf hat. Dirk ist startklar und wird sicher noch viel besser werden. Er kann Dreier treffen, sein Wurf aus der Mittelstanz ist tödlich. Dirk wird uns helfen. Dirk wird für uns auf der Small Forward Position spielen. Wir haben ihn eben in der Umkleidekabine gemessen. Er ist 2,15 Meter groß. In dieser Liga spielen Leute mit dieser Größe als Center. Dirk hatte ausgezeichnete Grundlagen. Er ist vielseitig. Er kann für uns von außen, aber auch sicher unter dem Korb spielen.